Hahaha, es wird zu Besuch bei Pomba, hallo, ca. 8 Jahre alt, Pigeon, ey Hübschling, ca. 9 Jahre alt, und Fiona. Fiona ist circa schon 13 Jahre alt, geschätzt, hallo, hallo, aber gehört noch lange nicht zum alten Heisen, sagt sie. Ja, drei echt nette Hunde aus Rubinari, die auch immer noch ihr Zuhause suchen, total nette Gesellen, jeder für sich und alle zusammen. Und du hast doch eine extrem außergewöhnliche Farbe, der hat so ein Silbergrau, das hier ist alles noch altes Fell, das müsste man mal richtig schön rauskämmen, schau mal, was da rauskommt, ey. Oh, Alter, fahr weiter. Hihi, Pombi, 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 lässt es gemütlich angehen. Hier müsste auch mal ordentlich was gekämmt werden. Oh, ey, sag mal, was da rauskommt, sag mal. Dann bist du doch auch nur noch die Hälfte, naja, so circa zumindest nicht. Vielleicht noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, Tiona ist das hier ein bisschen zu wild, teilweise. Wenn Onkel Pyran auftritt. Magst du schon ein bisschen gemächlicher, obwohl du keine Schlaftablette bist. Dazwischen gibt es ja auch immer noch was. Bist du wirklich schon so alt? Ja, wer weiß. Wer weiß es wirklich. Das ist ja alles nur geschätzt. Ja, es ist immer alles nur geschätzt. Das ist gut so. Jo, ist gut. Komisches Ding hier, ne? Und du ruhigst dich. Meinst du, bei dir wäre das auch gut hier? Ja, suche noch ein Zuhause. Ja, so. Tschüss. Das ist gut.